Es gibt unzählige sehr intelligente Menschen, die in ihrem Leben Großartiges geleistet und ihre Erkenntnisfähigkeit sehr weit vorangetrieben haben, obwohl sie in der Schule eine schlimme Zeit hatten und sogenannte schlechte Schüler waren. Denn Intelligenz ist häufig ein Phänomen, das trotz Erziehung stattfindet. Intelligent sein heißt, ein Denken zweiter Ordnung auszubilden, ein Denken, das Freude und Glück darin findet, vorhandenes Wissen und damit sich selbst immer wieder in Frage zu stellen. Der Philosoph Peter Sloterdijk plädiert dafür, Schulen als Lebensräume auszubauen, in denen Menschen mit ihrer eigenen Intelligenz in ein sinnliches Verhältnis treten können. Er sagt, die Rettung der Lust am Lernen müsste das Kernprojekt der Schule werden. Kinder tragen ihre Neugier, ihre Begeisterung, dieses unschätzbare Medium der Vorfreude auf sich selbst in den Lernvorgang hinein. Diese Vorfreude auf den nächsten eigenen Zustand ist das, worauf es ankommt. Es geht um die Kompetenz, sich immer wieder verändern zu können. Und das bedingt eine andere Art von Identität als die abgeschlossenen Rollenmodelle, die uns früher zur Verfügung standen. Herkunft, Regionalität, Ausbildung, Arbeit, Strukturen und Gewohnheiten. Heute ist es eher eine leichtfüßige, schmetterlingsartige Offenheit, sich immer wieder neu und immer wieder anders bewegen zu können. Fähig zu sein, in immer neue Netzwerke, Beziehungen, Situationen hineingehen zu können und darin zu spüren, was man schon kann und zu erkennen, was man noch lernen muss. Unser Gehirn ist ein Phänomen, das immer neue Möglichkeiten produzieren kann. Es kann sich öffnen, Neues lernen, will neugierig sein. Und es belohnt gelingende Neugier, also Problemlösung, Veränderung und Anpassung, mit einem Glücksgefühl. Je mehr wir unser Gehirn also dafür nutzen, mit der Komplexität der Wirklichkeit zu spielen und ihr sogar voraus zu sein, umso glücklicher macht es uns.